Lawrence Alschri, Wind Energy Technology Institute, Entwicklung eines hydropneumatischen Schwunggradspeichersystems für Windenergieanlagenrotoren. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, in den nächsten drei Minuten möchte ich euch erklären, warum wir beim Institut für Windenergie-Technik die Einsatzbarkeit von einem hydropneumatischen Schwunggradspeicher untersuchen. Der Begriff Schwunggradspeicher stammt aus dem Energiespeicherungsbereich, wobei in unserem System wird die Energie durch Flüssigkeitverschiebung zwischen zwei Kolbenspeicher im Rotorblättern. Das Bild zeigt hier zwei Zustände für das System. Einmal das System entladen, wobei das ganze Flüssigkeit im Blattwurzelbereich sammelt. Und das zweite Zustand ist, wobei das System voll geladen ist und da ist die ganze Flüssigkeit nach außen gepumpt. Mit dem Schwunggradsystem kann man viele schöne Sachen machen. Man kann mit der gespeicherten Energie als genetische Energie freisetzen und das Stromnetz unterstützen bei Frequenzabfall. Und man kann auch damit die Trägheit von den Blättern ändern und dadurch auch die Schwingung von den ganzen Windanlagenkomponenten steuern. Viele weitere Nutzung von dem System hilft bei Energiewende und Stromkostensenkung. Momentan untersuchen wir in Kooperation mit HIDAC, einer der größten Hydraulikkomponentenhersteller. Wir untersuchen einen neuartigen Kompositspeicher, der sich mit dem Blatt verbiegen dürfen. Das hier das Modell zeigt eine Finite Elemente Simulation, wobei zeigt hier unsere Vorstellung, wie sich das Kompositspeicher mit dem Blatt verbiegen kann. Wir sind mit unseren Ergebnissen so weit, dass wir jetzt auf der Suche sind nach Rotoblatthersteller, der uns Blattprototypen bauen kann und wir unser System darin testen können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.